Musik 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 Mit Freude, ja mit Herz und Blut, ich bin schon wieder von diesem Geil. Und hieß es heute noch, du musst, so bin ich viel und bereit. Den armen Lein, die abgezehrten Blüten, das Kleid der Sterblichkeit, der Erde wieder in ihren Schoen zu bringen. Mein Sterbelieb ist schon gemacht, ach dürf ich, ach dürf ich, wie soll ich heute singen. Musik 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 Er ist nicht all dir. Was könnte mir doch bald so wohl geschehen, dass ich den Tod, das Ende aller Not, in meinen blieben Köpfe seh? Ich wollte ihn zu meinem Leib gedinge werden und alle Stunden nach ihm zählen. Werblich wieder, dass ich den Tod etwas cheilig der Welt Schlage doch mal, Schlage doch mal, schlage doch mal, Zielgeмер schlug und bohren. Ach, Schlage doch mal, ach, Schlage doch mal, Zielgemer schlug und schlage doch mal, in aller letzten Glockensach. Schlage doch mal, in aller letzten Glockensach. Musik Zehnliche Stunden, schlage doch bald den allerletzten Glockenschlag, schlage doch bald den allerletzten Glockenschlag. Musik 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 Ach, schlage doch bald, ach, schlage doch bald den allerletzten Glockenschlag, schlage doch bald den allerletzten Glockenschlag. Musik Musik Α, schlage doch bald, ach, schlage doch bald, schlage doch bald, schlage doch, schlage doch, schlage doch, ach, schlage doch bald den allerletzten Glockenschlag. Musik auch wie doch bald in einer Letze-Glocken-Tran. Denn ich weiß dies und glaube es ganz gewiss, dass ich aus meinem Grabe ganz einen sicheren Zugang zu dem Vater habe. Mein Tod ist nur ein Schlag, dadurch der Leib, der hier von Sorgen abgenommen, zur Ruhe kommen. Sucht nun ein Hirte sein verlohnes Schlaf, wie sollte Jesus mich nicht wiederfinden, da er mein Haupt und ich sein Glied was bin. So kann ich nun mit frohen Sinnen mein Sehlichauferstehen auf einen Eierstrengen auf einen Eierstrengen bei der Leib, der Leib, der Leib, der Leib. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020